Diese 5 Fantasy-Hörbücher sind die beliebtesten auf Spotify von Ronin. Platz Nummer 5, Die Geheimnisse der Arlerburg, Teil 1 der Farbseer-Saga von Greg Walters und gelesen von Markus Sven Reinbold. Wenn du auf Harry Potter und Herr der Ringe stehst, dann solltest du da unbedingt mal reinhören. Platz Nummer 4, Magic 2.0, Plötzlich Zauberer, geschrieben von Scott Meyer und gelesen von Markus Sven Reinbold. Darin ist die Welt ein Computerprogramm, was man hacken kann und es ist extremst lustig. Platz Nummer 3, Bestias, Die Bestienkroniken Teil 1, schon wieder gelesen von Markus Sven Reinbold und geschrieben von Greg Walters. Darin ist ein antikes Fantasy-Rom, die letzte Zuflucht vor den ganzen Monstern. Platz Nummer 2, Waffenschwestern, geschrieben von Mark Lawrence und gelesen von Stephanie Price. Auf einem Planeten mit einer sterbenden Sonne und nur ganz, ganz wenig Land, ansonsten ist alles Eis, wird ein Kind zur Kriegerin ausgebildet. Platz Nummer 1, Das Geheimnis der Sehenschiffe, geschrieben von Robin Hobb und gelesen von Matthias Lün. Darin findet man lebende Schiffe und eine Heldin, die sich gegen die Übermacht der Männer in ihrer Welt behaupten muss. Naja, und außerdem Drachen. Viel Spaß beim Hören.